Hey, 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 shhhh, bringen wir uns mal eine Runde ab. Hey, nicht so stimmisch. So, neuer Spielzeug, neuer Hund. Das da hinten ist Lola, die große Braune. Unsere Tour. Zehn Wochen alt. So, und hier gibt es ein neues Spielzeug. Ja, und Fibi hat einen an der Klasche. Ich meine, der ist ja zum draufsteigen, nicht zum drauf rumkauen. Irgendwas habt ihr da falsch verstanden. Hallo Horst. Hallo Horst. Gut, gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut, gut. Gut, gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Also, Fibi ist ein Rinddackel, wie man sieht. Ich bin schon ein paar Mal aufgefallen, dass die so ein bisschen durchdreht. Mittlerweile. Alles Joel. Alles in Pannen. Das haben beide ein bisschen Pannen, ne? Alle bisschen Pannen. Vielen Dank. Lola ist die Erwachsene unter der Bande hier, hör! Lola! Komm hier! Lola! Sieht sich Lola? Nein, ich bin müde, ich habe keine Lust. Ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde. Nein, ich bin bei euch nicht. Gut doch, gut doch. Gut doch. Gut doch, gut doch. Gut doch, gut doch. Gut doch, gut doch. Gut doch, gut doch, gut doch. Das war's für heute.